Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Und heute gibt es mal wieder ein Thema, worüber ich mit euch reden möchte, beziehungsweise auch nicht alleine, sondern zusammen mit dem Felix Röser. Hallo Felix. Moin, moin. Hi. Freut mich, dass du wieder mit dabei bist. Und ja, wir wollen heute über ein spezielles Thema reden, und zwar Konkurrenzdenken unter Fotografen. Sehr, sehr spannendes Thema, wie ich finde. Absolut, ja. Ja, da gibt es, glaube ich, eine ganze Menge zu erzählen. Wir tauschen uns einfach mal so ein bisschen gedanklich aus und ich hoffe, dass ihr dabei auch ein paar Denkanstöße bekommt. Vielleicht auch könnt ihr eure eigenen Gedanken in die Kommentare posten. Wir wünschen euch auf jeden Fall ganz viel Spaß mit diesem Video. Konkurrenzdenken unter Fotografen. Das ist so ein Thema, ich glaube, darüber kann man ewig sprechen. Felix, wie hast du das bisher wahrgenommen, wenn du dich mit Kollegen unterhältst oder wenn du mit Kollegen Kontakt hast? Findest du oder hast du das Gefühl, dass es unter den Fotografen ein sehr starkes Konkurrenzdenken gibt? Da habe ich gemischte Gefühle zu, ehrlich gesagt. Also es heißt immer so, in der deutschen Fotoszene wäre so viel Konkurrenz und so viel Rivalität da und dass das zum Beispiel in den USA ganz anders wäre. Wenn man dann aber so ein bisschen rumhört, dann habe ich eigentlich das Empfinden, dass so die ganze deutsche Landschaftsfotografie Szene zumindest, auch mit allen, die wir jetzt bei uns im Podcast hatten, eigentlich das gar nicht so ist und eigentlich ein sehr gutes Miteinander ist und keine Rivalität in dem Sinn, oder? Wie siehst du das? Ja, muss ich auch sagen. Also gerade die Leute, die wir jetzt im Podcast hatten, da sehe ich es ganz genauso wie du. In den Fotogruppen bei Facebook zum Beispiel, da habe ich das schon öfter festgestellt, dass dort tatsächlich ein größeres Konkurrenzdenken herrscht, dass da viele Leute ihre eigene Position so ein bisschen verteidigen wollen. Und das finde ich immer so ein bisschen schade, dass da sehr viel aufeinander rumgehackt wird. Das ist natürlich auch nicht überall so, aber man kriegt es doch schon öfter mal mit, dass dort tatsächlich auch gerne mal gegeneinander geschossen wird. Wobei ich es da sehr interessant finde, weil die sind ja quasi nicht darauf angewiesen, damit Geld zu verdienen. Aber vielleicht wollen sie es. Vielleicht hat man ja das Ziel, damit Geld zu verdienen. Also ich habe ja nicht anders angefangen. Ich habe ja auch am Anfang das Ganze hobbymäßig gemacht und habe mich viel weiter gebildet. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, okay, damit kann ich auch mein Geld verdienen. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei vielen Leuten so ist. Das ist ja ein Traum von vielen Hobbyfotografen. Mit seinem Hobby Geld zu verdienen. Aber ist es dann nicht aus einer vernünftigen Überlebung heraus irgendwie schlauer, sich lieber mit anderen Leuten zusammenzutun, als gegeneinander zu schießen? Vor allem gerade der Raum Internet ist ja gerade so riesig gefasst, dass direkte Konkurrenz habe ich doch eigentlich nur, wenn so in meinem direkten Territorium, nenne ich es jetzt mal. Naja gut, das kommt auch ein bisschen aus Geschäftsmodell dann an. Ob du quasi offline mit Kunden arbeitest oder ob du viel auch übers Internet Landschaftsbilder vertreibst und so weiter. Also das kann man so lokal, glaube ich, gar nicht beschränken. Und aus der anderen Perspektive jetzt mal, für die Leute, die dieses Konkurrenzdenken haben, ist es natürlich auch so, der Fotografenmarkt ist hart umkämpft, kann man nicht anders sagen. Das ist so, ja. Es gibt nicht mehr so viele Leute, die damit Geld verdienen können wie früher, weil halt der ganze Markt inzwischen sich verändert hat und viele Leute halt auch inzwischen mit dem Smartphone gute Fotos machen können und dann halt nicht mehr unbedingt Berufsfotografen engagieren. Deswegen ist der Markt relativ umkämpft. Und wenn man sich jetzt mal so in eine Situation reinversetzt in jemanden, der damit Geld verdienen möchte und aber noch nicht genug Geld damit verdient, um seinen Lebensunterhalt damit zu finanzieren, der muss natürlich irgendwo auch gucken, dass genug Geld reinkommt. Und dann ist es natürlich eher schädlich für denjenigen, wenn dann vielleicht sogar am gleichen Ort noch ein zweiter Fotograf ist. Also aus der Perspektive, da kann man sich auch so ein bisschen reinversetzen. Gefühlt sitzen aber alle, die so sich jetzt, ich nenne es jetzt mal unsere Blase, die sich in unserer Blase bewegen, die sitzen ja alle irgendwie so im gleichen Boot. Und da habe ich schon das Gefühl, dass da eher so eine Bereitschaft ist, jetzt nicht unbedingt einander zu helfen, aber zumindest nicht gegen andere zu hetzen oder irgendwie blöde Kommentare zu machen. Also es versteht sich ja auf so einer Hesse. Ja, vielleicht ist dieses, vielleicht war das auch ein bisschen ein blödes Beispiel, dieses Hetzen und blöde Kommentare gegeneinander zu bringen. Das trifft natürlich nicht überall zu. Also jetzt nicht falsch verstehen, das ist natürlich eine Sache, die man ab und zu mal in solchen Gruppen beobachtet. Teilweise artet es auch sehr aus in den Gruppen, aber das hatten wir ja schon als Thema eigentlich. Das hatten wir schon als Thema, ja. Nur dieses Konkurrenzdenken an sich so, das ist ja, beschränkt sich ja nicht darauf, blöde Kommentare bei Facebook zu schreiben. Nee, 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 überhaupt nicht. Und man kann ja Konkurrenz durchaus auch, finde ich, positiv sehen. Also Konkurrenz, finde ich, wird ja nur in so einem bestimmten Grad irgendwie toxisch, nämlich immer dann, wenn ich mich quasi so in meinem eigenen Gehege bedroht fühle. Oder? Genau, ja. Also ich zum Beispiel muss sagen, ich habe so gut wie gar kein Konkurrenzdenken. Also wir beide arbeiten super miteinander zusammen. Grundsätzlich sind wir ja auch konkurrent. Wir sind sogar aus dem gleichen Feld. Wir machen beide Landschaftsfotografie und da könnte man ja sagen, hey, nehmt ihr euch vielleicht irgendwie gegenseitig die Kunden weg. Aber dieses Denken habe ich bei uns beiden zum Beispiel noch nie gehabt. Nee, ihr habt das auch nicht mit anderen. Nein, nein, genau. Also das ist halt wirklich eher ein Miteinander. Gut, wir beide haben jetzt auch ein gemeinsames Projekt. Das schweißt uns natürlich auch nochmal ein bisschen mehr zusammen. Ja. Wobei man dazu sagen muss, wir verdienen beide an dem Projekt kein Geld. Nee, auch gar nicht. Also wir machen das halt wirklich so. Wir machen das halt einfach, weil es uns Spaß macht. Aber grundsätzlich ist dieses Konkurrenzdenken halt nicht da. So nach dem Motto, derjenige nimmt mir jetzt Kunden weg. Ja. Also das überhaupt nicht. Was ich aber ganz spannend finde an so einem Konkurrenzdenken ist eher die Tatsache, wenn man sich darauf beschränkt, mal zu gucken, wie gut ist der andere. Und sich so ein bisschen daran zu messen, und das meine ich jetzt gar nicht negativ, sondern eher positiv, zu sehen, okay, der andere, der macht so gute Fotos und ich habe selber das Gefühl, auf dem Level bin ich noch nicht. Ich möchte aber auf dieses Level kommen. Und das motiviert mich, das pusht mich. Und das ist dann eher so ein positives Konkurrenzdenken, wo ich dann sage, hey, ich bin noch gar nicht so weit, wie ich eigentlich sein möchte. Ich muss noch hart an mir arbeiten. Und das ist für mich positiv. Und da muss ich sagen, das nutze ich auch ganz gerne. Ja, klar. Also ein gewisses Konkurrenzdenken ist bei mir natürlich auch da, weil, wo ich zum Beispiel, das habe ich ja damals in dem Podcast mit Stefan Hefele auch erzählt, Stefan Hefele war für mich einer der ersten Fotografen, die ich entdeckt habe, Landschaftsfotografen, wo ich gesagt habe, ist das cool, so eine Bilder will ich auch machen. Und dann habe ich ja tatsächlich auch dieses eine Bild nachfotografiert in Rom, hatten wir ja erzählt. Das war ja auch ein Konkurrenzdenken. Es klingt immer so negativ, aber es war halt ein positives Konkurrenzdenken, wo ich gesagt habe, ich möchte so gut werden wie Stefan Hefele. Da kannst du auch noch was draus ziehen. Und da habe ich unglaublich viel draus gezogen. Mit der Analyse von seinen Bildern habe ich unglaublich viel von gelernt. Aber findest du, ist das, würdest du das noch als Konkurrenz zählen oder sich vielleicht als, ja. Ja, es ist eine andere Form des Konkurrenzdenkens. Man vergleicht sich ja miteinander. Es ist, wir sind Konkurrenten. Das kann man ja nicht anders sagen. Wir beide sind auch Konkurrenten. Wir sind alle, im Prinzip sind wir alle Konkurrenten, weil wir im gleichen Feld arbeiten. Die Frage ist ja nur, wie gehen wir damit um? Und das ist das, worauf ich so ein bisschen hinaus möchte, dass man halt dieses negative Konkurrenzdenken so ein bisschen mal an Akta legt und sich eher auf die positiven Seiten beschränkt. Dass man nämlich sagt, man pusht sich gegenseitig, man wird besser, weil man sich miteinander vergleicht. Aber dass kein böses Blut halt herrscht, sondern dass man sich gegenseitig unterstützt. Gerade in solchen Zeiten wie jetzt, wo es sowieso viele Fotografen sehr schwer haben. Ja, auf jeden Fall. Wo, ich habe von so vielen Leuten gehört, die haben ihr Fotostudio geschlossen. Also gerade so Leute, gerade Fotografen, die halt relativ hohe Fixkosten haben durch zum Beispiel Mieter eines Fotostudios. Habe ich von so vielen Leuten gehört, die jetzt zugemacht haben, die jetzt ihr Office irgendwie nach Hause verlegt haben. Das ist schon echt hart. Und ich glaube, gerade in solchen Zeiten, jetzt ist es wichtiger denn je, dass so eine Community halt zusammensteht. Wobei gerade diese Umstände ja auch konkurrenzfördernd sind, weil halt vielleicht auch Neid mit rein spielt in sowas. Also jetzt zum Beispiel, angenommen bei dir wird es jetzt total scheiße laufen und bei mir aber total gut. Ja. Dann wäre das ja schon irgendwie so ein Neidfaktor oder meinetwegen auch andersrum, ist ja egal. Da würde, glaube ich, schon ein Konkurrenzdenken kommen, das irgendwie eher negativ ist, weil man sich denkt, fuck, warum geht es dem so gut? So ein automatisches Ding, meinst du? Bitte? So ein was? So ein automatisches Ding, dass du einfach automatisch denkst, warum ist das jetzt so? Genau. Ja, ja, genau. Oder ja, und dann halt so ein bisschen Neid kommt so, ich will das auch haben und meinetwegen keiner. Ja, die Frage ist, wie geht man damit um? Also ich glaube, also dieses Denken, das möchte ich auch haben, das möchte ich auch können, wie auch immer. Das ist immer da. Das meinte ich ja auch gerade eben mit diesem positiven Denken. Das ist klar, ja. Aber die Frage ist, gehe ich jetzt damit so um und sage, ich setze mich in mein stilles Kämmerlein und bin sauer, weil ich das jetzt nicht habe, was der andere hat? Oder nutze ich das als Chance und sage, hey, vielleicht quatsche ich mal mit dem und frage auch mal, sag mal, wie machst du das? Wie holst du dir Kunden ran? Wie hast du deine Bildbearbeitung gelernt? Wie hast du deine Skills in der Fotografie gelernt und so weiter? Aber auch da kommt es darauf an, wie dem sein Konkurrenzdenken dann ist. Natürlich. Ja, wir reden ja generell über das Konkurrenzdenken. Das muss natürlich immer, das muss von beiden Seiten so sein. Genau. Das bringt mir ja nichts, wenn ich so positiv denke und der mir gegenüber sitzende komplett negativ eingestellt ist. Ich finde aber manchmal, also weil du es auch vorhin hattest, so mit an der Location zum Beispiel zusammen zu sein und dann zu sehen, was der andere macht und so und dann sich denken, ah geil, ich will auch irgendwie sowas in die Richtung. Da finde ich es aber der Grad sehr schmal von, ich lasse mich blockieren davon. Also zum Beispiel, ich schaue auf dein Bild und denke mir, boah, was eine Komposition, sowas muss ich jetzt auch finden. Und dann macht man sich innerlich so einen Druck. Dieser Druck ist auf der einen Seite gut, weil es dich antreibt irgendwie, auch was Schönes zu machen. Auf der anderen Seite, wenn du halt nichts findest, dann kann der Druck auch zu groß werden und du bist völlig blockiert und bist auch gar nicht mehr offen für vielleicht eine ähnlich gute Komposition, die aber ganz anders ist. Ja, da bin ich auch ganz ehrlich, so ein Gefühl hatte ich auch schon mal, als wir beide zusammen für den Podcast gedreht haben und du halt eine saugeile Komposition hattest und ich so dachte, warum habe ich die jetzt nicht gefunden? Und dann möchte man ja auch nicht genau die gleiche Komposition machen, sondern das ist ja auch blöd dann. Und dann natürlich wächst dann so ein bisschen innerlich der Druck. Warum habe ich jetzt, warum habe ich gerade nicht diese Komposition gefunden? Und shit, ich muss selber noch irgendwas finden. Ja, da ist der Grad sehr schmal. Ja, der Grad ist sehr schmal und tatsächlich, also mich hat es dann eher blockiert, als dass es mich groß inspiriert hat. Aber das ist auch eine Einstellungssache, glaube ich. Ich glaube, tatsächlich auch sowas, je nachdem, wie du eingestellt bist, kann es eben positiv oder negativ sein. Und da muss man einfach hinkommen. Man muss es vielleicht dann auch schaffen, sich von dem zu lösen, was man beim anderen gesehen hat. Ja, voll. Da geht es mir zum Beispiel oft bei Stefan Hefele, wir hatten es ja auch, als wir mit ihm im Podcast waren, habe ich ja gesagt, Stefan läuft zum Beispiel immer zufällig, vermeintlich zufällig, auf die perfekte Komposition zu. Das heißt, er sucht nicht lange so. Und dann sehe ich das oft, was er da treibt. Und dann bin ich natürlich inspiriert davon, möchte auch sowas finden. Sehe dann aber manchmal nicht, dass ich zum Beispiel auch eine geile Komposition gefunden habe, die anders ist, aber die auch sehr gut funktioniert. Und da ist es manchmal schwer, so einen Abstand herzukriegen und zu sagen, das, was ich da gerade mache, ist meins. Und das ist auch gut. Es ist halt nicht das, was er hat. Aber das Gras ist ja auf der anderen Seite immer grüner. Ja, ich wollte gerade sagen, kennst du dieses Gefühl? Also mir geht es zum Beispiel auch bei meiner Webseite so und bei meinem Logo und keine Ahnung, bei diesen ganzen Geschichten. Ich finde andere Sachen irgendwie immer von anderen Leuten schöner und bin total selbstkritisch bei meinen eigenen Sachen. Und da könnte ich wochenlang dran sitzen, das noch zu optimieren und ich bin irgendwie nie zufrieden. Und wenn ich mir dann andere Sachen angucke, also andere Webseiten, andere Logos, andere Fotos von anderen Fotografen, von Kollegen, dann denke ich mir immer so, wie machen die, warum sieht das bei denen so perfekt aus? Und das ist aber so dieses Denken, dieses zu selbstkritisch zu sein in dem Moment und gar nicht mehr sehen, dass man selber auch was Schönes gemacht hat. Und andere Leute das vielleicht total schön finden, was man selber gemacht hat, wo man sich selber denkt, das ist viel, das ist gar nicht so schön, wie das von meinem Konkurrenten oder Kollegen. Aber dann bist du vielleicht gar nicht so sehr bei dir. Vielleicht ist dann eher das das Problem. Genau, ja, schon, oder? Das ist genau das Problem, was, glaube ich, was viele Fotografen haben, dass sie zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind und ja, dann immer auf andere gucken und sich damit zu sehr vergleichen. Das ist genau dieses, vielleicht dieses blöde Konkurrenzdenken, von dem wir halt auch dann quatschen, weil genau das macht, erzeugt ja so eine negative Stimmung eigentlich. Ja, genau, weil es halt Frustration auslöst, so, ja, genau, ja, aber wenn du es schaffst, gleichzeitig auf die anderen zu gucken, aber trotzdem bei dir zu bleiben und vielleicht einfach nur zu sehen, hey, was macht denn das Bild von dem anderen jetzt eigentlich gerade so gut, dass ich es so schön finde, vielleicht einfach diese Aspekte rausziehen und in die eigene Fotografie einfließen lassen, aber halt. Die Frage ist jetzt, Felix, schaffst du das selber und wenn ja, wie? Ich schaff's nicht immer, aber ich schaff's doch schon relativ oft und meistens ist es so, dass ich dann erstmal heimkomme von so, von so einem Trip zum Beispiel und erstmal tatsächlich gar nicht unbedingt so zufrieden bin und dann lasse ich das ein bisschen setzen und mache mich so dran und denke mir dann, also ich brauche immer ein bisschen Abstand. Ja. Und dann setze ich mich dran und dann denke ich mir, Mann, das ist doch geil. Also das, was ich mir vor Ort gedacht habe, das passt schon alles. Ja, aber es bedeutet im Prinzip, dass du, wenn ich kurz unterbrechen darf, es bedeutet im Prinzip, dass du on location, wenn du mit jemand anderem zusammen unterwegs bist, dass du da dieses Denken noch hast, dieses etwas negative. Das ist aber auch gar nicht unbedingt immer nur, wenn ich mit jemand anderem zusammen bin. Es geht mir auch ganz oft so, 2018 war ich alleine auf Teneriffa und hab da viel, bisschen rum experimentiert, auch mit Locations und so und da war ich mir auch nach dem Machen ganz oft nicht so ganz sicher, ist es jetzt geil oder ist es nicht geil? Ja. Und dann lasse ich es halt mal eine Woche liegen und dann komme ich zu dem Schluss, ja, ist doch, ist doch gut. Ich hatte das sogar letztens, das war, war während, während Corona, so im März, April, da habe ich halt auch mal durch alte Fotos durchgeguckt und da bin ich auf Fotos gekommen, die vor zwei, drei Jahren entstanden sind. Die habe ich nie entwickelt, weil ich sie damals blöd fand. Und dann habe ich sie entwickelt und dann habe ich so festgestellt, was bist du dabei noch rausgekommen? Das war ja ein richtig gutes Foto damals. Warum habe ich das nie, warum habe ich das nie entwickelt? Warum habe ich das nie veröffentlicht? So geht es mir auch. Das war auch, das war auch, also kommt auch öfter mal vor. Das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass sich dein, dein, dein Geschmack oder dein, wie du Sachen siehst, vielleicht auch verändert über die Jahre oder über die Zeit, die einfach drüber wächst und dann findest du vielleicht irgendwas doch schön. Ich glaube, wir beide haben auch einen sehr ähnlichen Geschmack, muss ich dazu sagen. Also wir beide und auch der Stefan Hefele, wir drei sind so, wir haben einen sehr, sehr ähnlichen Geschmack, was eine gute Bildkomposition zum Beispiel in der Landschaftsfotografie ausmacht. Also da habe ich das Gefühl, dass wir drei sehr, sehr auf einer Wellenlinie sind. Dieses sehr in die Tiefe gehende, große Vordergrundelemente und das eigentliche, also ein großer Berg im Hintergrund wirkt dann im Gegensatz zu so einer kleinen Blume, sehr, sehr klein und so weiter. Das ist genau das, was uns drei, glaube ich, verbindet, was wir schön finden. Und da gibt es natürlich auch wieder ganz andere Geschmäcker, die da auf was ganz, die vielleicht ein bisschen was Abstrakteres mögen, die was Einfacheres mögen. Also zum Beispiel hatte ich bei Stefan Wiesner in dem Podcast, hatte ich das Gefühl, dass er auf sowas gar nicht so steht, sondern er ist so jemand, der die Komposition eher ein bisschen einfacher gestalten möchte, ohne dass es jetzt negativ klingen soll, aber weißt du, was ich meine? Ein bisschen puristischer, vielleicht ist das bessere Wort. Genau, ja, ja. Also da gibt es ja auch diese verschiedenen Styles, ne? Und das ist... Liegt wahrscheinlich auch dran, dass Stefan Wiesner halt, wie er selber sagt, auch keinen Bock hat zum Beispiel auf dieses große Rumge-Photoshoppe. Ja. Während, wenn du dieses Vordergrund-Game so fährst, dann kommst du ja auf Photoshop eigentlich quasi gar nicht drum rum, ne? Wegen Fokus-Stacking, ja. Ja, das stimmt. Ja, das ist richtig. Aber grundsätzlich, um das Thema mal so ein bisschen abzurunden, was wir euch im Prinzip mitgeben wollen für dieses Video, Konkurrenzdenken sollte... Konkurrenzdenken ist immer da, aber nutzt das Konkurrenzdenken vielleicht eher ein bisschen positiver und nicht immer auf diese negative Schiene von wegen, vergleicht euch mit denen und schiebt Frust, weil der in eurer Meinung vielleicht besser ist, sondern probiert eher das Positive rauszuziehen, motiviert euch dadurch und versucht euer eigenes Portfolio weiter nach vorne zu treiben. Ihr tut euch ja auch selber keinen Gefallen, wenn ihr ständig nur Miesmacherei betreibt. Genau. Also dann könnt ihr auch nicht erwarten, dass jemand anders auf euch zugeht zum Beispiel und sagt, hey, cool und so. Wo sie besser behandelt werden, wo sie positiver empfangen werden, wo sie einfach das bessere Erlebnis bekommen. Als Fotografen verkaufen wir nicht nur das Produkt, das Endprodukt-Foto, sondern wir verkaufen auch immer ein Erlebnis. Bei Landschaftsfotografen ist das ein bisschen anders, wobei auch dort verkaufen wir ein Erlebnis. Denn wenn das Bild an der Wand hängt, dann sehen das unsere Kunden, die das kaufen jedes Mal und sie haben ein Erlebnis. Und auch deine Außenwirkung spielt ja trotzdem auch eine Rolle. Also ich glaube jetzt nicht, dass man ein Bild von jemandem kauft, den man wahnsinnig unsympathisch findet. Richtig, genau. Wenn du zum Beispiel auch Porträts fotografierst, dann ist es ganz, ganz wichtig, wie du mit deinen Kunden umgehst während des Shootings. Und das ist das Erlebnis, was du dabei auch verkaufst. Und in diesen Punkten kannst du ja besser sein als der andere Fotograf. Du musst halt, wenn du in dem Moment noch nicht bist, musst du halt an dir arbeiten. Und genau das ist die Motivation, die du da rausziehen solltest. Und gar nicht unbedingt dich darauf zu konzentrieren, den anderen Fotografen mies zu machen oder sein Geschäft zu schädigen. Das bringt dir überhaupt nichts, sondern du musst an dir arbeiten und besser werden. Schöne Schlusswort. Dann ist das Ganze eigentlich auch überhaupt kein Thema. Oder? Habe ich das gut gesagt? Ich finde schon. Ich glaube schon. Also Thema Konkurrenzlecken in der Fotografie ist immer ein großes Thema. Aber ja, vielleicht regt das den einen oder anderen so ein bisschen zum Nachdenken an. Vielleicht seht ihr das ja auch total anders. Schreibt es in die Kommentare. Genau. Ihr könnt natürlich alles in die Kommentare schreiben. Das ist unsere persönliche Meinung hier gerade. Wir diskutieren immer sehr gerne mit euch in den Kommentaren darüber. Also ihr könnt gerne einfach unten alles reinposten, was euch dazu in den Sinn kommt. Vielleicht haben wir auch einen ganz wesentlichen Aspekt gerade noch vergessen, der auch nochmal diskutiert werden sollte. Aber an sich, denke ich mal, ist das erstmal so unsere Meinung und wir sind auf eure Meinung gespannt. Und vielleicht, vielleicht haben wir auch bei dem einen oder anderen jetzt irgendwas bewirkt, dass ihr anders denkt nach diesem Video. Man weiß es nicht. Guckt mal mal. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. und wir wünschen euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Fotografieren und Bild bearbeiten. Macht's gut. Guten Start ins neue Jahr, würde ich noch sagen. Guten Start ins neue Jahr, genau. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.